So, da sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Bionic Commando Rearmed. Ja, wir waren fleißig in Anwesenheit der Kamera. Wir waren hier in Level 15, Level 16, das waren unsere eigenen FSA-Camps. Genau. Wir haben da ein bisschen gelootet. Und ja, haben unter anderem neue Schuhe gefunden, mit denen wir jetzt durch die Gegner durchschwingen können. Sprich, wir werden dann nicht mehr blockiert und die verlieren sogar noch ein bisschen Leben dabei. Nicht so viel, aber sie verlieren das. Genau, also eine coole Sache und wir haben extra Leben bekommen, was wir aber in frischen Schumpel nicht haben. Weil der Trial, ich glaube der Trial, der in die Hose gegangen ist hier in diesem Level. Das ist nicht der erste Versuch bei uns. Da war ich aber die Nase im letzten Teil. Ja, da habe ich mich tatsächlich noch gar nicht so groß angestellt. Ja, weil ich die ganze Gegner töte. Ich habe mich hier voll Opfer. So, die Schützen. Wenn du eine Gamepad spielst. Ach ne, das war ja Left 4 Dead. Ja, ok. Tja, was ich hier nochmal zeige. Die neue Waffe. Hier. Aber... Ja. Hab ich dich begeistert? Ne, sie soll wohl toll gegen Energieschilder sein. Also gegen sich, glaube ich. Aber gegen normale Gegner reißt die mal sogar Hand. Ja. Die hat zwar eine coole Schuss gerade. Muss man mir lassen. Hast du das, oder? Ja, das war eine böse Granate. Eine böse Granate. Und was auch wichtig ist, dass wir hier nicht wieder runterfallen. Weil man fliegt so ewig weit. Ja, und dann ist man getrennt. Und dann ist es schon wirklich gefährlich auch. Genau, und die Gegner respawnen auf einer Zelle wieder. Das ist uns eben gerade zumindest so vorgekommen. Ja. 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 Auch eine kleine Gegner, ey. Oh, das geht doch nicht noch rüber geschlossen. Und hat ihr noch Schaden gemacht, oder? Nein. Oh, die hat weggekickt. Haha. Sehr gut. Warte, man macht das hier schon Master Schango. Warte, man muss das noch mal packen. Ja, wir haben da Zwinge sein, ich gehe nicht zu sein. Hälfte dich? Schlechlechlechlechlech! Na, komm mal nicht so nah! Ja, schade, dass man durch die Plattform nicht so nach unten steigen kann. So richtig. Oh ja, gleich helfe ich dich. Ja, das war schon mal gut. Sofern ich das Hacken erfolgreich über die Bühne kriege... Genau! ...und dann kann ich das Hacken nicht so nach unten steigen. So... So... Hast du ne Ahnung wie beim Original das Wechselspiel? Ja, also das dachte schon. Ich glaub beim Original gab's das gar nicht. Gab's kein Hacken. Sah Porn aus, aber war dann ja doch gar nicht so schwer, ne? Ich dachte schon, ich hätt's versiegt. An einem Punkt. So... Äh äh gtgittchisowkschiedde! Was? Was? ...ehh? Also... Ich kann mich ja täuschen, aber da ist gefühlt gar nix passiert. Ne ne, da war kein Hälfte dabei. Vielleicht, weil die's nicht in der Roten Zeit geschrucht habt? Aber das war doch vorhin auch nicht so. Wie? Da war... Das war doch alles grün... Wie kann da dann kein Hälft superstig sein? Was ist ne... Was ist denn das sonst, was wo n Smoke жизnerart? Vielleicht darf ich das nur nehmen... Nur der, der das löst... decorated das nehmen... Dann leg hier du das ..." реexte als löst... Ja... Dann musst du doch lernen das Rätsel zu lösen... Wir erstmal nicht sowas mal hochbeast. aber auch von deinem Leben. Hört mich, warum der noch nicht immer hoch ist. Ja, das ist nur zu halten. Ganz gemeiner Gegner-Typ. Vielleicht andäunen den Düpen. Mit dem Arm den Düpen andäunen und dann fällt er so ein bisschen runter. Diesmal kommt noch ganz gut. Und dann hab ich den Video nicht gesehen. Aber wie lebt der noch? Oh ja! Jawoll! Ja, ich bin noch mal so ein bisschen. Ich bin noch mal so ein bisschen. Ui! So! 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 Alle durch? Hä? Da hin! Oh! Ich dachte, wir springen gar nicht schlecht, ne? Ja, aber springen ist gut. Das war ja eine Kommande. So sieht's aus! Oh mein Gott! Wie kann ich denn nicht mehr? Meine Güte! Noch mal mal, ey! So, hier! Ich hab mir das Schwung! Ich hab'n kaputt geschwungen! Ich hab'n kaputt geschwungen! Den, den... Ich hab'n kaputt geschwungen! Das ist immer sehr gut! Aber ich glaub' das war wirklich... Man muss das Rätsel lösen! So wird das helfen! Weil da war ja grün dabei! Ich dachte zuerst, er hätte uns nur Ring zu geben! Nur... Ah! Ja! Das sind auch immer die netten Güte! Ja, ja! Ich hab'n die App bleibt hier! Ich hab'n die App bleibt hier! Noch nicht! Kommt noch viel genug! Oh ja! Oh ja! Ich hab'n Platz! Ja du... Oh! Wir sind schon nicht fertig! Ich ziehe den jetzt noch mal in den Grunde! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Du hast einen rein! Habe ich die linke Seite oder kommst nicht von rechts hin? Oder auch nicht! Du hast eine rein? Jep! Das genau! Garten meine! Du willst'n gut versuchen? Das? Ich dreht sie? Nein! Aber ich habe mich einfach keine Lust drauf, ey! Gut, Alarm ausgelöst. Ja, natürlich. Drei Mal. Ja, aber für das bisschen fisslichen Health müssen wir es eigentlich gar nicht mehr machen. Weil... Ja, gut. Ich habe eigentlich fast voll. Ja, aber das ging ja jetzt richtig riesig. Ja, das hätten wir vorher brauchen können, das Ding. Willst du es nur versuchen? Ja. Aber schau mal, da ist auch ein Health dabei. Vorher war kein's dabei. Gut, dann kommt ja die These ja zumindest gleich wieder über einen Haufen Schuh. Ja. Sie war schön, solange sie wertet. Ja. Das ist... Das ist... Das ist wirklich... Wir müssen jetzt andeulen. Ähm... Ja, ich komme wieder. Geile Frage. Ja. 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 Nehmen wir gleich noch. Ja. 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 Was war das denn? Das ist so ein Luftding. Siehst du das nicht? Oder? Ist schwer zu sehen jetzt. Und dann lasst du dich einfach... Genau. Bis zu später. Dann hängst du dran. Einfach gerade runter laufen, nach rechts laufen. Irgendwie. Ich zeig's dir mal. Also einfach nach rechts laufen. Nichts machen. Nach oben schießen. Wo ist das für mich der Welt? Sack. Jawohl. Wird singen. Come on! Ich hab's doch erwischt. Ganz athletisch. Ach, man sollte es am besten machen, wie du es schon vorbeifahren hast. Man kann die auch einsammeln. Oh nein. Oh nein. Oh. Ah, die Fingerpflicht. Aber ich bin bei der 4. Ja. Ah. Ja. 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 Ja.